Yo, hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge jetzt. Egal, egal. Es geht sofort weiter. Egal, egal. Wenn ich jetzt ein Eisenschwert einfach auf Level... Warum geht das nur 4? Achso, ja, weil es auf Level 4, da würde ich voll viel verschwenden. Aber ansonsten würde Unbreaking auf mein Schwert kommen, weißt du? Ist halt die Frage. Weil, was, was... Dein Diaschwert kriegt dein Unbreaking 3? Ja, und ist halt die Frage, ob dann... Weiß nicht, ob es das was bringt. Sonst... Es wäre immer Unbreaking. Bei 4 Level wäre es Unbreaking 1, bei 13 Unbreaking 2 und bei 30 Unbreaking 3. Soll ich es riskieren, oder? Ich weiß es. 30, ja. Es wäre halt eine Verschwendung von... Ich werde einfach, oder soll ich es einfach mit einem Eisenschwert ausprobieren? Ich meine, wir werden... Ja, guck mal, was auf dein Eisenschwert draufkommt. Ja, ich mache einfach Level 30 Eisenschwert. Ich komme ja ganz schnell wieder auf Level 30, ja? Jetzt schütt da einfach ein Zombie Pigment drin. Soll ich es machen? Weil Unbreaking ist mir einfach zu risky sonst. Ja, ja. Ja, mach. Ja, war richtige Entscheidung. Bane of Arthropods war da. War richtige Entscheidung, auf jeden Fall. Gut, dass ich nicht das Diaschwert genommen habe, echt. Hey, wie kommt der Zombie rein? Ich weiß nicht, netter Dude ist das. Hat mich schon mit dem unterhalten. Ja, pass auf, dass du den nicht schlägst, ne? Das wäre fatal. Bei mir kommt drauf... Verbrennung 2... Ja, 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 warte, warte. Also, auf jeden Fall Verbrennung 2 bei Level 30, ja? Ja. Dann, äh, mach auf Diaschwert. Verbrennung ist immer gut. So, und zack. Und was ist sonst? Schärfe 4, Blinderung 3, Verbrennung 2. Yo, yo, du hast das OP-Schwert. Okay. Ich muss wieder drei neue Level farmen. Ähm... Ich heult was, ich heult was. Wie geil ist das denn? Ey, okay, ähm... Ich farm jetzt auch nochmal wieder 30 Level und dann... Ähm... Und dann gucke ich, was das nächste wäre, was draufkommt. Ja, ich auch. Also, es dauert ja... Wir können ja jetzt richtig krass farmen, ne? Also... Äh, wie, wie OP? Alter, du hast schon mal ein OP-Schwert. Also, Schärfe 4 und Verbrennung. Junge. Und Plünderung 3 auch noch, falls wir irgendwas... Ja, da kannst du auch für Mobs verwenden. Ich meine, das geht ja nicht so schnell kaputt. Wenn wir irgendwelche... Genau, wenn du... Wenn wir Blaze farmen oder so, weißt du? Für Tränke. Mhm. Alter, Alter, damit haben wir jetzt so gute Chancen. Weil ich jetzt so... Verbrennung 2, ja, vielleicht kommt ja noch Schärfe 1 drauf oder so. Nein. Da kommt einfach Stur-Schärfe 4 drauf. Ja, klar, das ist, äh, dann... Oh, da ist ein Blaze. Ich bin jetzt gerade in der Nähe der Festung. Ich bin hier ein bisschen rumgelaufen. So, jetzt muss ich nur nochmal schnell... Es hat einfach so schon 12 Angriffsschaden. Ja. Boom, bitch, get out the way. Get out the way. Ah, 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 ah. Boom, bitch, get out the way. Ja. Ich würde jetzt so gerne einfach in den Chat schreiben, bitch. Nein, 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 das ist der Überraschungsmoment. Die dürfen nichts davon erfahren, dass wir im Nether sind und auch nichts davon erfahren, dass wir das jetzt haben, was wir haben. Das ist... Sonst spielen wir ganz schön, weil sonst haben die Angst vor uns und wollen nicht gegen uns kämpfen. Die denken, weil... Äh, wenn die Angst vor uns haben, dann ist es scheiße, weißt du? Verstehst du? Ja, ja, klar. Weil wenn die denken, wir werden lower, dann... Äh, ist logisch. Ist, doch, ist logisch. Ja, so, ich bin jetzt wieder gleich Level 28, jawohl. Und... Es dauert schon eine Weile in diesen hohen Leveln. Ja. Aber... Das lohnt sich auf jeden Fall. Aber gut, dass ich meins nicht genommen hätte, sonst wäre es eine LIA-Verspendung gewesen. Unbreaking ist halt geil, aber es ist unnötig, im Endeffekt. Vor allem für PvP. Was wäre noch dazu gekommen? Äh, Bane of Arthropods 4. Also richtig scheiße. Alles klar. Ja, gut, das wäre echt kack. Brauch noch ein bisschen was. Ja, ich bin gleich 29. Und dann... Ich bin noch nicht mal 28 jetzt. Ja, ich... Ich würde halt gerne Zombie-Picombs abschlachten, weil die... Nein, 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 auf gar keinen Fall. Du unterschätzt die nicht. Die sind so OP stark, das schaffst du niemals. Das ist einfach unrealistisch. Realistisch. Ja. Und Glowstone kriege ich nichts außer... Halbes Level noch, halbes Level noch. So, äh... Da oben ist noch was. Boah. Ja, da ist auch noch was. Boah. Ich hoffe, ich finde da noch zurück. Ah, da ist auch noch was. Ne, mach's mal das. Das kann ich dir nicht holen, ne? Stimmt, bist du noch so in der Nähe da? Ja, ich stelle dir gerade, äh... Neben dem Portal, da war noch ein bisschen was. So, gleich, gleich. Vielleicht reicht diese Ader noch aus. Jawohl. Und wieder 30. Na, jetzt bräuchte ich den Rest der Ader auch noch ab, so. Und jetzt komme ich zurück. Ich schlaufe auch noch ein bisschen. Also, ich bin ein bisschen weiter weg gelaufen, glaube ich. Ich gehe dann mal, äh... Hier so lang. Da hinten schüttt ein Magma-Slime. Chill weiter, du. Chill weiter. War das hier? Äh... Ich weiß gar nicht, lol. Das war, glaube ich, nicht hier. Äh... Boah, die Nahten im Nether bringen eigentlich nicht so viel, wahr? Aber da ist die Festung. Dann war das doch da. Äh... Scheiße. Du musst hier irgendwo runtergehen können. Ich könnte hier auch einfach runterspringen. Das sollte... Das sollte ich eigentlich überleben. Jupp. Das riskiere nix, ne? Ich hab's schon. Das ist schon gut. So, da ist das Portal. Das heißt, da ist die... Der Eingang. Wo ist er? Ach du... Ja. Mach auf jeden Fall Fackeln dran. Das ist ja ein... Hallo, Papa. Hallo, Sarah. Ich bin wieder da. Was... Was los? Das nächste. Sharpness 4 ist garantiert. Und? Okay, nur Sharpness 4. Egal. Also auf meinem Schwert ist Sharpness 4. Ah, das ist doch... Brauch noch... Ich find hier kein... Warum... Warum hast du Fackeln hier rangemacht an unseren eigenen... Äh, ja gut, jetzt ist... Damit ich ihn wiederfinde, wenn ich auch... Ja, aber den soll ja eigentlich keiner finden, ist ja die Sache. Äh, ich... Ja, wenn... Ah, da bist du ja, genau. Guck mal. Äh, bist gar nicht weit weg. Also ich hab jetzt Sharpness 4. Damit bin ich auf jeden Fall zufrieden. Wenn jetzt noch irgendwie Verbrennung ist, ist schon OP. Also... Das Bane of Archropods werde ich einfach so zum Mobskillen später nehmen. Also in der normalen Welt wieder. Bei hier nicht. Ich brauche noch fucking... Lass, lass am besten mal ne Kiste bauen. Ähm... Damit, äh, die wertvollen Sachen, falls wir jetzt draufgehen hier in der Hölle, nicht verloren gehen, weißt du? Mhm. Einfach hier so hin. Dann tue ich da schon mal das da rein. Das Gold und das Eisen. Bisschen Redstone. Bisschen Lapis. Bisschen Lapis nehme ich aber auch so mit. So, so... Ich baue mich mal eben da oben auf den Berg. Kohle, Netherquartz, Essen, das Zeug, das Zeug. Holz. So, ähm... Ein bisschen Holz nehme ich vielleicht noch mit. Ähm... Genau, ne neue Spitzhacke wollte ich mir auch machen. Bisschen nicht, du Schnurrer. Alter, also jetzt... Jetzt bin ich echt zuversichtlich. Sollen wir dann mit dem Diabrustpanzer auf Level 30? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil im Endeffekt bei, äh, die Diabrustpanzer ist besser, also generell, äh, generell, Diabrustpanzer ist besser als, als Eisenrüstung auf höchster Enchantung, soweit ich weiß. Ja, ja, ich weiß. Also, äh, ich glaube nicht, dass die, äh, vor allem ich glaube nicht, dass die auf Level 30er Verzauberungstisch gegangen sind. Glaube ich nicht. Und deswegen sind wir einfach schon arg im Vorteil. Bauen wir hier gerade noch was ab. Ich bin jetzt Level 28 erst. Ja, ja, ich gehe auch wieder raus und farm weiter. Alter, das ist, das ist schon episch, ne? Ich bin halt hier oben jetzt drauf auf diesem Berg. Ja, ich gehe jetzt mal in die andere Richtung vom Portal. Und gucke, was ich da so finde. Oh man, ey. Also, wir haben, wir haben schon jetzt richtig geile Scheiße. Ja, wenn, wenn wir jetzt sterben, ich würde mich so aufregen. Wir sterben jetzt aber nicht. Geht überhaupt nicht. Ja, ja, lass einfach beschließen. Wir sterben jetzt einfach nicht, ja? Ja doch, das ist ein guter Beschluss, ja. Finde ich, finde ich gut, ne? Genauso wie das war gewinnen. Ja, klingt, klingt. Ja, doch, ja. Finde ich, finde ich annehmbar, ne? Ja, kann man, kann ich mich, äh, gut mit, äh, auseinandersetzen, ja. Ja, genau. Noch ein Level und dann, äh, gibt's ne Diabrust auf Level 30 verzaubert. Ah. Ich freue mich schon, wie so ein kleines Kind. Ich weiß auch, wie ich die Folge heute nenne. Hm. Großer Penis für mich. Wir müssten einfach noch, wenn wir dann alles verzaubert haben, was geht, so, dann sollten wir einfach noch, äh, die Sachen umbenennen, irgendwie so richtig geile Namen. Ja. So, ähm. Dieses Schwert auf der BBC nennen. Hä? Also, ich weiß, ich weiß schon den Namen für meins, wenn ich, wenn wir dazu kommen würden. Nenn mal ins Kleine vorbeziehen. So, ich bin fast wieder 28. Schon. Ja, ja, ja. Ich hab'n scheiß Gas gehört. Ich auch. Nicht, dass er mich jetzt gleich von hinten wegfickt. Quatsch, Quatsch. Selbst wenn das, die, äh, Projektile fliegen vor allem so langsam, das kannst du locker ausweichen. Ah, da hinten ist er, ich sehe. Und ich sehe, wir haben zwei Festungen in unserer Nähe. Das ist nice. Das ist nice. Was wiederum aber auch heißt, wenn die in den Nether kommen würden, hätten die auch locker die gefunden. Ich hab' Level 30, ich komm' dann runter. Genau. Ich bin auch wieder ein bisschen weiter weg gerade. So, ich muss aber aufpassen, hier fall' ich nirgendwo runter. So, so. Bin jetzt zur Hälfte auf 29. Na, komm. Na. So. Alter, ich... Bin schon so leicht... Leicht angespannt ist man schon. Ja. Aber hier ist richtig... So, wenn man weiß, die sind mit auf dem Server. Haha, genau. Aber ich glaub' kaum, dass die noch in den Nether oder so gehen würden. Im Endeffekt wär's ja auch scheißegal, wenn die uns... Soll ich mir jetzt die Brust machen? Ja, guck erstmal, was draus kommen würde. Ansonsten verzauber halt Eisen, ne? Also, ähm... Eisen verzaubern würde dann gar nichts bringen, weil... Ja, aber wenn schon draufsteht, dass was scheißes draus kommen würde, dann verzauber halt nicht das Dia-Teil, ne? Ja. Weil, Dias sind halt dasselbe, ja. Nicht, äh... Hä, was, ja? Ja. Ja. Also, ich hab die oft gefunden, 30. Schuss sicher 4. Ne, dann mach's lieber nicht. Weil, ist zwar gut, vielleicht kämpfen sie viel mit Bogen, weiß ich jetzt nicht, aber... Äh, das ist, glaub ich, eher Verschwendung. Dann nimm das nicht für die Dia-Rust. Wenn wir den Bogen auf 30 verzaubern, wird das auf jeden Fall stärker 4 bringen. Ja, oder 5 zum Teil, schon fast. Ja, Bogen können wir dann auch noch machen nachher, aber Rüstung ist vielleicht doch erst mal 5 von. Warte, dann mach ich mir noch eben meine Dia-Schuhe, vielleicht. Kommt da irgendwas Gescheites raus. Ja, genau. Ja, wo... Ja. Stimmt schon. So, äh... Aber zieh die dann nicht... Federfall 4. Ja, das ist schon geil. Also, das kann ja im Kampf... Federfall ist echt geil, nimm das, weil... Wenn du im Kampf irgendwo einen Berg runterfliegst oder so, kriegst du einfach fast keinen Fallschaden. Und schusssicher 4 ist auch noch drauf. Ja, gut. Also, netter Nebeneffekt noch. Oh, ich bin schon über 30. Ich hab's voll nicht mitgekriegt. Ja, warte, dann baue ich jetzt noch das Stab hier. Alles klar. Ähm, einen Moment. Ich muss wir beide E-S-E-S schreiben. Alter, während der Aufnahme macht er so was. Ja. Dieser böse Bub. Egal, ähm... Ich... Äh, wo lauf ich zurück? Wo muss ich zurück? Da lang, oder? Äh, hab ich das alles nicht abgebaut? Muss ich hier lang? Nein, das kann nicht. Wo muss ich denn lang? Kam ich von da? Guck mal, wie viel wird's denn bringen, meinen Bogen auf 15 zu verzaubern? Auf 15 ist unnötig. Komm, wenn schon, dann... Äh, aus irgendeinem Grund hat sich der Bogen jetzt geändert und es wäre einfach nur noch Haltbarkeit 3. Äh, ja, äh... Äh, verändern sich die Sachen? Äh, nein, nur wenn du neu verzauberst. Hä, wo... Wo muss ich... Äh, bei 5 hätte ich auch... Für 5 Level kriege ich Schutz 1 auf meinen Diabant-Panzer. Näh, das lohnt sich nicht. Wenn wir schon die ganzen Bücherregale haben, dann sollten wir auch das nutzen. Ja, ja, aber wenn ich sowieso sonst nur Bullshit draufkriege, weißt du? Ja, trotzdem. Trotzdem, das, ähm... Ja. So, ich... Äh... Wo... Wo... Äh, sag mal bitte Koordinaten. Äh, warte. Bist du jetzt gerade in der Base, ja? Ja. Oh, fuck, ey. Ich verlaufe mich so schnell in der Wahn. Ähm... Also... X... Ja? 78... Und Z... Okay. Äh, minus 78, Entschuldigung. Ja, das ist wichtig. Und, äh... Z ist minus 61. Z ist minus 61, okay. Dann muss ich ja da lang, Leute. Ich wäre eigentlich auf mein Eisenschwert gekommen. Auf jeden Fall Schärfe 4. Ja. Äh, das... Ich bin ja nicht hier durchgelaufen. What the fuck? Geil. Also beides minus war es, ja? Ja. Crap mal hier rein. Crap, crap. Warte, was war das erste? Äh... Äh... Minus 78. Soll ich sogar noch auswendig, Junge. Will irgendwas mit meinem Schwert schnetzeln, Mann? Nein, ganz ehrlich. Komm. Beherrsch dich, beherrsch dich. Ach komm, soll ich einfach so, fuck off, einfach in die Festung mal reingehen? Ne, wenn, wenn dann zu zweit. Aber die ist hier so direkt. Dann, dann geh rein. Die turnt mich grad so an. Ey, haben die auf die Folgenlänge geachtet oder so? Ansonsten, wenn jetzt, äh, wenn wir jetzt nicht drauf geachtet haben und, äh, na, weißt schon, dann sollten wir vielleicht, dann müssen wir halt zwischendrin raten, wenn's im Nachhinein... Ja. Ah, ich brenne. Man sieht einfach nicht im Chat die Zeit, wann die geschrieben haben, das ist schade. So, ich... Die Lohn kann ich ja... Fertig. Ah, ist zu Ende. Fertig, okay, dann war's das mit dieser Folge hier. Äh, wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like da, wenn ich dann nicht, ich, äh, werd jetzt in dieser nächsten Folge die Festung erkunden und dann war's das. Guckt mal im Instagram vorbei und so weiter, bla bla bla, tschau, Leute.